Guck mal, sieht schon eklig aus, oder? Als würde da sich irgendwie etwas bewegen, mein Mund irgendwie was lebendiges. Ach ja, willkommen übrigens zurück zu Dreadout. Kennt ihr das Spiel noch? Hier, das mit dem Selfie ist und damit kann man Geister töten. Und, ähm, die Jeans ist immer noch kaputt, ey. Das ist ein rotes Hörschen, was? Dreck ich auch gerade. Ne, komm, wir machen jetzt weiter. Wir sind in ein, ähm, wir sind in ein, in ein, wo sind wir rein? In ein Haus reingegangen und dort sind wir gestorben. Und irgendwie hat das nicht so funktioniert, wie ich wollte. So, wir haben das Glas kaputt gemacht, weil dieser Geist ist ja anscheinend irgendwie im Fenster drin und, oh, dass man auch den ganzen scheiß Weg laufen muss, ne? So, pass auf, pass auf. Nimm die Kamera, nimm die Kamera. Was ist das denn? Wieso machen wir einen Moonborg? Wo ist die Kamera? Die Kamera, Kamera. Mach sie tot, mach sie tot. So, so macht man das. Pass auf, jetzt hat sie keine Macht mehr über mich. Das war's, oder? Ich hab nur dieses Fenster übersehen. Nein, nein. Nein. Mr. Krabs, lassen Sie das nicht auf der kleinen Violine spielen. Nicht jetzt. Das erinnert mich irgendwie an Mr. Krabs und ein System, wo er diese kleinste Violine der Welt hat. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, was das für ein Instrument ist. Wir haben es geschafft, Mann. Richtig nice. Diese Musik bringt echt Horror-Atmosphäre ins Spiel. So wie... Ich. Also so gar nicht. Können wir hier drauf... Ich hab vergessen, wie man Gitarre spielt. Bam! Aber Hauptsache, es macht Geräusche, ne? Guck mal, wir können dran spielen. Das ist ja unglaublich. So. Ich würd sagen, wir gehen da oben hin, ne? Von da drüben kamen wir und... Oh, fuck. Tut mir leid, wir sind ein Trampel. Wir sind ein kleiner Trampel. Scheiße, ist das dunkel. Warte mal. Genau, wir benutzen... Oh, oh. Na los. Okay. Anscheinend ist da nichts los. Gut. Gut, 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 gut. Ich dachte, die kommt jetzt da wieder und wir müssen sie wieder besiegen. Aber ich glaube, ich hab ihr jetzt gezeigt, wie hässlich sie ist und die hat aufgegeben. Wow! Alles gut! Oh nein! Mach schnell ein Selfie davon! Scheiße. Da hat uns was weggekickt. Und ich darf den... Habt ihr das gehört? Ah! Foodporn. Insta-Food. Hashtag Foodism. Hashtag Foodporn haben wir freigeschaltet, weil ich das zu essen fotografiert hab. Ich hab einen Chief mitbekommen, das heißt Foodporn. Ach du Scheiße, wo ist das Ding? Ich seh's gar nicht. Ich seh... Da, 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 da. Was ist das Schöne Vieh? Ich versteh's nicht. Ah! Ich muss mich doch verarschen. Seh ich's vielleicht nur mit damit? Hää! Ah! Ich mag der Stall nicht. Ist komplett unsichtbar! Hä? Erwischt! Oh! Scheiße! Erwischt! So kommen noch paar Mal! Yes! Es ist nah, es ist nah, es ist ganz nah! Erledigt hab ich ge... Oh nein, es lebt noch! Nee, ist weg, oder? Lebt es noch? Dann seh ich's auf jeden... Oh, kann man's vielleicht nur im Spiegel hier sehen? Nee, doch nicht. Okay, warte, lass mal nach oben. Die Tür ist auf jeden Fall jetzt aufgekickt, sehr schön. Da sollten die es zu. Die ist zu, natürlich ist sie zu. Was fragt die Idioten? Ach nee, oder hat... Hat mich da was weg... Ach, keine Ahnung. Geister kann man nicht verstehen, Mann. Natürlich. Natürlich ist keine Spiegelung von uns zu sehen. Natürlich ist keine Spiegelung von uns zu sehen. Ah! Ich hab logisch nachgedacht! Ich hab logisch nachgedacht! Oh, fuck. Oh, fuck. Es wird kalt, irgendwo ist ein Geist hier. Irgendwo ist ein Geist hier in der Nähe. You found dress room key. Dressing room? Okay. Müssen wir den nur noch finden. Ich seh euch! Ich seh euch, Mann! Ghostpedia-Update, aber was hat... Einfach alles fotografieren, ich weiß auch nicht. Kann ich jetzt durch? Warte mal, jetzt ist die Spiegelung. Das ist natürlich jetzt richtig kacke. Was soll ich denn jetzt machen? Das ist ein bisschen auffällig. Uns wird richtig kalt, aber ich seh keinen Geist. Schon wieder Rätsel-Einheiten, ne? Okay, das heißt wieder Gehirn anstrengen. Au! Au! Ich versuch nachzudenken, wartet mal. Au! Ah! Nachdenken ist kacke. Licht fotografieren. Das hier... Es tut mir auf jeden Fall weh. Heilige Mama, habe ich mich erschrocken. Mann, wieso bringt das mich um? Muss ich das Richtige fotografieren? Ah! Eins ist nicht gespiegelt. Oder? Eins ist falsch. Wieso war das jetzt das Richtige? Ich habe einfach mal alle angeklickt. Und das war das Richtige. Hm. Eigenartig, eigenartig, eigenartig. Na gut, ich hinterfrag das nicht. Wir gehen einfach mal weiter. Easy peasy. Lemon squeezy. Jetzt müssen wir nur noch... den Dressing Room finden. Dort wird das Salatdressing gemacht. Und? Ne, okay. Gut, du willst nicht. Wo ist der Dressing Room? Ah! Hier ist der! Sehr schön! Das ist doch ein wunderschönes Bild von dieser Dame hier. Da passiert auch gleich was. Da passiert... Ist Michael Jackson? Ne, ne. Sieht doch ein bisschen so aus, ey. Ach, die spielen hier ganz viel mit Spiegel, hä? Ah, hör mal auf hier. Hör mal auf hier. Was soll ich? Die Glocke treffen? Ah! Wir haben eine echt fette SD-Karte, muss ich schon sagen. Bam! Da ist sie. Da unten ist sie. Wir müssen jetzt gucken. Da! Und jetzt? Wo? Wo, wo jetzt? Da! Schon wieder auf dem Boden? Ja, ja, du kriegst mir nicht. Du kriegst mir nicht. Du kriegst mir nicht. Scheiße! Nein, 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 nein! Bitte bring mich nicht um! Ich hab sie nicht gesehen! Wo ist die? Hey, Caramba! Nein! Oh, das sieht schlecht aus, das sieht schlecht aus! Oh, shit, oh, shit, oh, shit, oh, shit, oh, shit! Ja, das reicht ja wohl, oder? Der Raum wird immer mehr mit Blut gefüllt. Da, schon wieder! Oh, oh, oh! Wieder da oben. Geht doch. Auf Wiedersehen. Geht doch, Mann. Ist doch kein Problem gewesen, Mann. Was ist das Problem gewesen? Habt ihr ein Problem gehabt? Ich hab kein Problem gehabt. Sehr schön. Mach mal weiter, ey. Ich mag es. Ich mag es irgendwie. Ich hab richtig Angst. Also, wenn Geister auftauchen, dann hab ich schon ein bisschen Angst. So was, ne? Ich empfinde so was wie... Was bist denn jetzt? Die Cam gehen ja voll in mich rein. Apropos in mich rein. Das geht doch irgendwie, oder? Naja. So. Wir haben hier wunderschöne Bilder und eine Rose. Das sieht ein wenig auffällig aus. Okay. Ist das die Frau? Die hat auf jeden Fall auch ein rotes Kleid. Soll ich mich schlafen legen? Hi. Okay, cool. Cool, cool. Bewegt sie sich wie ich, oder? Es wird immer dunkler, oder? Es wird immer dunkler. Bitte bring mich nicht um. Ich hab bitte gesagt. Die kickt mich jetzt voll rein in den Spiegel. Nein, nein. Holly. Einfach nur Holly. Reicht schon. Ich guck auf die Kette. Ich hab auf die Kette geguckt. Das war wieder mal ein kleiner Drogentrip. Sehr schön. Wie lang geht denn das eigentlich? Weil sonst würde ich den Part jetzt wieder beenden. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Von Dreadout. Aber vielleicht ist es auch gleich zu Ende. Ich weiß nicht, wie lange das geht. Auf jeden Fall hatten das einige noch ein paar Parts schon durch, ne? Und ich bin ja auch schon bei ein paar Parts. Denk ich mal. Vielleicht ist es jetzt schon zu Ende. Ich erkenne gar nichts, Mann. Okay. Wir leben auf jeden Fall. Wir sind raus. Nice. Wir sind jetzt der Freuersmädchen. Ach, guck mal. Ach, wir sind ganz raus aus der Schule. Stimmt. Wisst ihr noch? So hat es angefangen hier. Wir haben ja diesen Ort da gefunden und sind reingegangen. Wrong Turn. Errungenschaft. Aber guck mal. Hätte ich jetzt einen Schnitt gemacht und dann in der nächsten Folge das hier nur gezeigt. Wow. Aber wir haben es geschafft, Freunde. Wir haben den zweiten Akt durchgespielt. Hat ja auch lang genug gedauert, was? Ich werde demnächst, glaube ich, mir Monstro angucken. Wurde mir sehr oft empfohlen. Ich habe gesehen, dass es Kronk gespielt hat. Schöne Musik. Ja, die Hilfe kommt ein bisschen zu spät, würde ich sagen, ne? Ich spiele ja den Bass. Es ist noch nicht vorbei. Es ist noch nicht vorbei. Lach du nur, ey. Lach du nur. Gut, das war es jetzt, Freunde. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns dann im dritten Akt wieder. Ich hoffe, ihr vergesst das Spiel dann nicht wieder. Bis dann. Tschau.